ist nix ist nix ist nix Karte kleine scheiß Teil abgesucht absuchen jetzt dieser Teil jetzt guck die guck die machen warum ist die schon wieder verstellt gut dass das jetzt schon bläden nach hier sind hier nur Mutanten ich sehe ab und zu aus wie steine kleinen Wichser es kann sein dass es ein Mutantenfalle ist darum packe am besten das ein packe am besten das ein Pumpe Pumpe Aber ich hab doch ich hab doch ich hab doch hä bin ich jetzt bescheuert oder ich hab doch 30 so flammenscheiß Dinger hergestellt oder nicht hä ist das meine Eierschlecken oder was ich hab extra 30 gemacht bläden warum also da ja krieg ich anders jetzt auch hin aber was soll das ich hab doch 30 ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab aber das mit dieser scheiße verstehe ich nicht warum hab ich nicht ausgerüstet Waffe blöd doch 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 was machst du mehr ist hier nicht ja ok was war das eigentlich für einen cooler Aufsatz für die Dinge für die die knade ja klar 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 dann kann ich das andere sowieso gleich machen hier wow grüner laser blöd und andere Waffe kurzer laufen schalldämpft schrot schlinde schalldämpft pow pow hat auch irgendwas gemeines hinterfotziges arschwichsig ist ja der ist gut der ist gut aber wenn mehrere mutanten kommen den kann man wechseln aber ist ein geiles teil das finde ich sehr sehr nice so gut dieses stück da da geht's nicht mehr weiter rein das ist der ganze felsen ok mehr geht's da nicht ok geht's da an die adion sprungkünstler adion aber ich weiß nicht ich hab nie ein update mitgekriegt oder von metro aber er kommt es kommt mir vor er geht nicht mehr so leicht drauf beim 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 körper unterfallen ja adion schaffst du das adion komm adion 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 schaffst du das komm blöd adion Das hast du so gut gemacht. Adrian war schlecht. Schlecht. Adrian. Muss ich dich wirklich, wirklich machen. Was war das denn jetzt? Yeah. I get in the car. Nice. Nice. A bug in the thing. Aber ich weiß nicht ob da oben irgendwie was einzahlt. Ich guck ja gern so'n Scheiß. Ist da irgendwo ein motherfucking... Adrian kann doch auch sich normal ab und so blöd festhalten. Ah, Adrian, nein. Hier sollst du einfach nicht drauf, blöd. Ah, hier juckt. Ach, hier ist Neugebiet. Da, gucken. Gucken, blöd. Gucken, blöd, nach Postkarte und nach Scheiße Dreck. In jede Dreck-Eck. Gucken. Gucken in jede Dreck-Eck. Da nicht durch. Ah, Adrian, du musst wieder abnehmen. Blöd. Ach. Warum geht das nicht mehr? Ach, da läuft was rum. Mutanten. So. Fotzen. Hängt da irgendwo eine Postkarte? Irgendwann Scheiß dran. Pff. Nioch, blöd. Ach, da bammelt. Sind... Ah, da bammeln sie, ihr wisst. Die, 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 die Mistmuschies. Die Dreck-Eckern Mistmuschels. Okay, lasse draußen da mal rumhüpfen. Also, hier gibt's nothing on the band. Aber ich muss eh von diesen Nibixern. So, jetzt kann man gleich mal schön theoretisch und praktisch äh, komplett Scheiße einfach ausprobieren. So, jetzt kann ich mich nicht sehen. Da ist einer. Der guckt da hin. Es gibt keine Hübbelhäuser. Es gibt keine Hübbelhäuser. Ja. Ich habe keine Angst. Ja, dann bauen wir mal wieder. Aber ich weiß, was hier jetzt gerade kommt. Vielleicht da war ich nämlich schon. Okay, den kannte ich noch nicht. Alles gut. War nur der eine, den kannte ich nicht. Okay. Gut, dass ich die jetzt anhatte. Da muss man wirklich... Artyom! Anscheinend braut sich ein Sturm zusammen. Der Himmel ist ganz schwarz. Da ist einer. Warum liebe ich die Schroflinte bei Mutanten? Ja. Schön alles leise. Perfekt. Das war eigentlich sehr nice erfunden. Und dann müsste ich eigentlich... sehrunig. Er ist derzeit. Ich gehe das jetzt in die Schroflinte. Die Schroflinte. Ich gehe das jetzt in die Schroflinte. Untertitelung des ZDF, 2020